Hallihallo liebe Leute, hier oberhalb von Klingnau und wir haben minus 3 Grad, aber perfekte Aussicht. Wir gehen jetzt Richtung Klingnau runter. Los geht's. Und ich habe immer noch keine Luft vom Aufstieg. Hier geht es Richtung Zurtsach und Rietheim. Geradeaus Waldhütte. Und wir gehen jetzt hier lang runter. Hier sehen wir noch das Kraftwerk von Leibstadt. Geradeaus die Kirche von Leukern. Und hier vorne, ich muss das Tuch runterziehen. So, hier vorne sehen wir mit etwas Glück noch auf den Stausee. Oje, dieser Aufstieg hat es in sich. Ihr seht es jetzt, es geht jetzt an den gleichen Weg runter. Also ich bin von da oben bis da oben bin ich drauf gelaufen. Da geht die Treppe runter. Die nehme ich jetzt aber nicht. Ist zu steil. Und hier ist normalerweise ein Tisch und eine Bank. Aber nicht heute. Und hier sehen wir auf Klingnau und Döttingen und die Aare. sehr schön. Panoramaweg zur Zibiet. Okidoki. Und wir gehen jetzt durch die Weinhänge runter. Jetzt, wo wir hier rechts den Hang haben, ist es doch schon wieder viel angenehmer. Kein Wind, nix. Aber vorhin da beim Kreuz oben, da war es. Ui, das war windig. Und hier schöner Blick auf die Aare. Unser Ziel ist, sehe ich das jetzt hier unten, das Schloss. Der Schlossturm. Und diese Treppe, da vorne links, bin ich vorhin rauf. Und die hat einem den Rest gegeben. Aber ist gut, es hat sich gelohnt. Und das Wetter stimmt ja auch perfekt. Was wollen wir mehr? Da gehen wir jetzt natürlich nicht wieder rauf. Wir gehen hier vorne rechts runter. Alles durch die Weinberge. Und den Dornestiegerle. Dornestiegerle. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich spreche den Klingnauer Dialekt nicht. Jetzt. Jetzt. Dann. Das war's für heute. Und diese Stufen haben eine dumme Höhe. Ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, aber das ist gar nicht angenehm. Hier hatten sie sogar schon einmal ein bisschen geteert. Aber nicht viel. Und das war's für heute. Mit dem Bike hier runter werde ich auch noch eine Herausforderung. Könnte sicherlich Spaß machen. Und das war's für heute. 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 Und der Wind zieht wieder auf. So, kein Winterdienst. Okay. Und es geht weiter runter. Was steht hier? Bitte Landschaden vermeiden. Wege nicht verlassen. Wir halten uns dran. Genau. Und die nächsten Stufen. Die sind besser. Die sind besser. Tatsächlich. Die sind besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht noch der Wannweinerweg, der Weinwanderweg, Mann oh Mann Was haben wir hier? Klon Maria Feld, Blauburgunder Okay, kenne ich nicht Aber ich bin auch kein Weinkenner Man sieht nie, ob die Kamera läuft Jetzt sieht man es Die Sonne scheint immer direkt ins Display Und wir kommen der Altstadt von Klingnau immer näher Und wir kommen hier Und wir kommen hier Und wir kommen hier Hier wird noch gebaut, die letzten fünf Stufen. Hier waren auch Stufen drauf, war sicher ein Haus hier. Ja genau, hier war der Eingang. So. Und hier ist es recht steil. Ein Kater. Ein Kater. Und dieser Bauer auf dem Trecker, der steht in der Wand. Oh ja. McCormick. So. 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 Und jetzt haben wir wieder Wind. Oh ja. Die Ohren zudecken. Bahnhof Klingau. So. Ein Lichtschacht. Der Pfeil links für die Radfahrer. Wir gehen direkt drauf. So. Wir gehen links. Links. Da oben waren wir. Jetzt haben wir sicher Gegenlicht. Aber wir sind bald im Altstädtchen drin und dann sollte es besser sein. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier sind wir auch schon runter Die letzten Treppen für heute Und hier sind wir auch schon runter Und hier vorne Beim Tor sind wir am Ziel der heutigen Tour Bei kaltem aber sonnigem Wetter Sage ich danke fürs Zuschauen Bleibt gesund, macht es gut Bis demnächst Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020